Paul Zech Paul Zech hatte die Angewohnheit, seinen Lebenslauf nach Belieben zu manipulieren. Deshalb enthalten praktisch alle älteren Kurzbiografien, die man in Anthologien, Literaturgeschichten, Lexika, Klappentexten und ähnlichem findet, zahlreiche Unrichtigkeiten. Zechs Vater, ein aus Briesen gebürtiger Seiler, und seine Mutter, die aus Müncheberg kam, hatten 22 Kinder, von denen aber nur sechs überlebten. Von diesen Sechsen war Paul das Älteste. Später sollte er in Kurt Pintus Anthologie Menschheitsdämmerung schreiben, er sei in Thorn an der Weichsel geboren, stamme aber als Dickschädel aus bäuerisch-westfälischem Blut. Aber das ist reine Fiktion. Mit etwa fünf Jahren kam er in die Pflege von Verwandten mütterlicherseits in Müncheberg. Mit etwa zehn kehrte er zurück nach Briesen, wo er mit 14 die Volksschule abschloss. Danach begann er wahrscheinlich eine Bäckerlehre, die er abbrach. Eine höhere Bildung erlangte er nicht. Gab aber an, er habe mit schlechten Examina neben Leichtathletik auch Griechisch betrieben. In den erhaltenen Schülerlisten des Gymnasiums im westpreußischen Graudenz, das er besucht haben will, ist er ebenso wenig verzeichnet, wie in denen der Wuppertaler Gymnasien, an die auch gedacht worden ist. Sein angebliches Studium an verschiedenen Universitäten und die Promotion zum Dr. Phil sind ebenfalls erfunden. Um 1889 zog er, wie so viele junge Leute aus seiner Region gen Westen, sicher auf der Suche nach Arbeit und kam aus der Begierde das Elend unterer Menschenschichten zu erfahren, wie er in Wilhelm Haas Anthologie Antlitz der Zeitsinfonie moderner Industriedichtung von sich schreibt. Hierbei hielt er sich offenbar einige Zeit im belgischen Kohlerevier auf, vermutlich in Charleroi. Dass er auch in Bottrop, Radop, Mons, Lens, wie er in der Menschheitsdämmung schreibt, beziehungsweise in Belgien, Nordfrankreich, England, wie er im Antlitz der Zeit angibt, gearbeitet habe, trifft ebenso wenig zu, wie die Behauptung, dass er während seiner Bergarbeiterzeit als Gewerkschafter nach Paris gereist sei oder dass er Bergbaubeamter gewesen sei. Ab ca. 1901 findet man ihn vom Militärdienst offenbar befreit in Barmen, ab ca. 1902 in Elberfeld, zwei Stadtteilen des heutigen Wuppertal. Was ihn dorthin geführt hat, ist unbekannt. Unzutreffend ist jedenfalls seine Angabe, er sei hier schon aufgewachsen als Kind eines bäuerlichen Schulmeisters auf einem Berg mit schroffer Felswand über dem Fluss und habe um 1890 bis 1894 den Geschichten eines Großvaters, des Ollensteigers Karl, gelauscht. Belegt dagegen ist, dass er spätestens seit 1901 Lyrik verfasste. Einige auf dieses Jahr datierte Gedichte haben sich in einem Poesiealbum erhalten. Auch sind Aussagen von damaligen Bekannten überliefert, wonach er Anschluss an literarisch interessierte Personen und Kreise zu finden versuchte. In Elberfeld heiratete er im Juli 1904 die Schusters-Tochter Helene Simon, die er geschwängert hatte. Er zog bei ihr und ihrer verwitweten Mutter ein und wurde im Oktober Vater. Auf der Heiratsurkunde und der Geburtsurkunde seines Sohnes figuriert er als Lagerist. Auf der Geburtsurkunde seiner 1906 geborenen Tochter ist er Konditor. 1910 bis 1912, inzwischen stand er im Elberfelder Adressbuch als Korrespondent bzw. Zeitungskorrespondent, schrieb er auch zahlreiche Buchbesprechungen für eine Elberfelder Zeitung, ohne jedoch dort Redakteur gewesen zu sein, wie er später einmal angab. Neben seiner Berufstätigkeit verfasste er mit beachtlichem Fleiß Gedichte, die ihm ab 1904 immer öfter von den Feuilletons lokaler und regionaler Zeitschriften abgenommen wurden. 1907 wurde er zum jährlichen Lyrikwettbewerb Kölner Blumenspiele eingeladen und erhielt dort eine lobende Erwähnung. Hauptthema seiner frühen Lyrik war ganz traditionell die Natur. Wie zum Beispiel der Sammelband Schollenbruch zeigt. Erst ab ca. 1909 bearbeitete er offenbar angeregt durch den Arbeiterdichter Heinrich Kämpchen mit zunehmender Häufigkeit die Themen Großstadt und Arbeitswelt in expressionistischer Schreibweise. Hierbei versuchte er durchaus ein Neuerer zu sein, auch wenn er weiterhin konventionelle Formen, insbesondere das Sonett, verwendete. Um dieselbe Zeit begann er mit der Abfassung von Erzählungen in ebenfalls expressionistischem Stil, die im Milieu der Bergarbeiter spielen, aber die dargestellte Realität durch Einbezug mythisch-mystischer Elemente wie des schwarzen Bahals, des bösen Gottes des Schlagwetter, in oft beklemmender Weise verfremden. 1909 trat Zech in Briefkontakt mit seiner angeblichen Elberfelder Stadtnachbarin und Jugendfreundin Else Lasker-Schüler, die aber schon seit 1894 in Berlin lebte und die er persönlich erst 1910 bei ihrem Besuch in Elberfeld kennenlernte. Sie bestärkte ihn auf seinem neuen Weg und eröffnete ihm über ihren Gatten Herbert Walden Publikationsmöglichkeiten in dessen literarischer Zeitschrift »Der Sturm« sowie weiteren literarischen Blättern. In diesem Kontext fand Zech zum Beispiel Eingang in »Der Kondor«, die erste 1912 von Kurt Hiller herausgegebene Lyrik-Anthologie des Expressionismus. Auf Lasker-Schülers Rat hin wagte er im Juni 1912 zunächst ohne Familie, die er im November nachholte, den Sprung nach Berlin, wo sie ihm auch die ersten Schritte erleichterte. Er schloss sich Literatenkreisen an, wobei er auch seinen dann langjährigen Brieffreund Franz Werfel kennenlernte. 1913 wurde er Mitbegründer einer Zeitschrift »Das neue Pathos«, die jedoch nie regelmäßig erschien und 1920 eingestellt wurde. Ebenfalls 1913 publizierte er das Gedichtbändchen »Das Schwarze Revier« und »Sonette aus dem Exil«. Auch erste Nachdichtungen französischer Gedichte, nämlich von Émile Verheeren und Léon Dubel erschienen 1913. Dass er beide Autoren von Begegnungen in Paris her gekannt habe, ist Fiktion, denn seine finanzielle Lage war prekär und erlaubte keine größeren Reisen. Auch das Stipendium der Schiller-Gesellschaft, das er 1914 erhielt, war allenfalls ein Existenzminimum. 1914 erschienen die Gedichtbändchen »Die eiserne Brücke« und »Die rot durchrasten Nächte«. Das Letztere gibt vor, vielleicht wegen der zum Teil erotischen Gedichte, die es enthält, Übertragungen des kaum bekannten »1913 durch Selbstmord« in der Seine geendeten Léon Dubel. zu bieten. Es besteht aber überwiegend aus Originaltexten Zechs. Es ist der erste von mehreren Fällen, wo er weitgehend oder gänzlich eigenständige Texte als Übertragungen ausgab. Nach Beginn des Krieges 1914 verfasste auch Zech patriotische Gedichte. Er wurde gemustert, aber zurückgestellt. 1915 wurde er dann eingezogen, zunächst als Schreibtischsoldat in Berlin. Etwas später kam er an die Front, erst an die Ost, dann an die Westfront. Nachdem er Erfahrungen im Bergbau angegeben hatte, war er vor allem mit dem Ausheben und sichern von Schützengräben befasst. In einem Brief an Stefan Zweig beschreibt er seine Erfahrungen aus der »Hölle von Verdun« und der »Schlacht an der Somme«. Im Sommer 1916 erlitt er Verletzungen bei einer Verschüttung im Schützengraben und er erhielt das eiserne Kreuz. Im gleichen Jahr erregte er Aufsehen durch einen angeblich an ihn gerichteten Brief von Verheeren, in dem der belgische Autor, der kurz zuvor tödlich verunglückt war, nicht mehr als der deutschen Hasser auftrat, zu dem er 1914 geworden war, sondern als versöhnungsbereiter »Pazifist«. Die in der Berliner Vossischen Zeitung abgedruckte vorgebliche Übersetzung des Briefes wurde rasch als »Fälschung Zechs« erkannt und löste sogar eine deutsch-belgische Kontroverse aus, an der sich Politiker und die Presse beteiligten. Ab 1917 tat Zech wieder Dienst als Soldat, aber dank einer Empfehlung nur hinter der Front, und diesmal bei der obersten Heeresführung, die im französischen Laon residierte. Hier verfasste er Propagandatexte, konnte aber darüber hinaus an eigenen Werken arbeiten. Hatte er 1917 die noch teilweise patriotische Gedichtssammlung »Helden und Heilige« publiziert, ließ er 1918 das kriegskritische Bändchen »Vor Cressy an der Marne« »Gedichte eines Frontsoldaten«, erscheinen allerdings unter dem Pseudonym »Michel Michael«. Die ebenfalls zunehmend pazifistischen Tagebuchaufzeichnungen, die er in den Kriegsjahren machte, erschien erst 1919, als »Das Grab der Welt« »Eine Passion wieder den Krieg«. Die Jahre unmittelbar nach dem Krieg bedeuteten den Höhepunkt der literarischen Karriere Zechs. 1917 hatte ihm sein Nobelband »Der schwarze Baal« »Anerkennung« auch als Erzähler verschafft. 1918 erhielt er für seine Lyrik den Kleistpreis. 1919 war er in der legendären expressionistischen Gedichtanthologie »Menschheitsdämmerung« von Kurt Pintus mit zwölf Texten recht gut vertreten. Auch wirtschaftlich war seine Lage zumindest vorübergehend erfreulich. Denn nach der Revolution von November 1918 war er, zurück in Berlin, aber offiziell noch Soldat, Leiter eines der SPD und der USPD nahestehenden Werbedienstes für die Sozialistische Republik geworden, der finanziell bestens ausgestattet war. Auf diesem Posten verdiente »Dr. Zech«, wie er sich nun gern titulierte, eine Weile sehr gut. Zugleich konnte er mithilfe eines Vorschusses auf sein Gehalt ein Häuschen mit Seegrundstück im heutigen Bestensee südostlich von Berlin kaufen, das er im Oktober 1919 mit seiner Familie bezog. Bald jedoch lief seine Stelle beim Werbedienst aus, wobei er zusätzlich Ärger wegen finanzieller Unstimmigkeiten bekam. 1921 konnte er eine Beschäftigung bei der deutschen Eisenbahnreklame nur kurzfristig ausüben, denn aufgrund psychischer Probleme musste er einige Monate in einer psychiatrischen Klinik verbringen. Auch in den nachfolgenden Jahren wurde er mehrfach stationär behandelt. Seit 1919 führte er ein Doppelleben, in dem er bei seiner Familie zunehmend nur noch Gastrollen gab, meistens aber in Berlin lebte, wo er mit der Sängerin Hilde Herb liiert war, allerdings wieder knapp bei Kasse und in einer schäbigen Berliner Pension logierte. Ab 1923 wohnte er bei seiner Partnerin, die er nunmehr gern als seiner Frau ausgab. Trotz seiner vielfältigen Schwierigkeiten war er in den Nachkriegsjahren äußerst produktiv. Vor allem verfasste er weitere Erzählungen. Hinzu kamen zahlreiche literarische Essays sowie auch Dramen. Im Herbst 1924 war er dank seiner Bekanntschaft mit dem Intendanten Wilhelm Dieterle für kürzere Zeit Dramaturg am Berliner Dramatischen Theater und nach dessen Bankrott 1925 kurz freier Lektor am Leipziger Schauspielverlag, dem er im Zorn den Rücken kehrte. Von seinen eigenen insgesamt weit über 20 Stücken kamen allerdings nur wenige zur Aufführung. Nur eines, das trunkene Schiff, eine Dramatisierung des berühmten Gedichtes Le Bateau Ivre des französischen Lyrikers Arthur Rimbaud, war in der Inszenierung von Erwin Piscator und mit einem Bühnenbild von Georges Uros etwas erfolgreich. Auch lyrisch adaptierte Zech Rimbaud seit 1924 in sehr freien Nachdichtungen, die 1927 in einem Band vereinigt erschienen unter dem Titel Rimbaud, das gesammelte Werk. Die Texte sind äußerst frei übertragen und typischer für Zech als für Rimbaud. Der wirkliche Durchbruch allerdings blieb ihm versagt. Ein Grund hierfür war vielleicht, dass er allzu häufig seine Texte voreilig zum Druck gab und sie bei der Aufnahme in Sammelbände oder bei eventuellen Neuausgaben regelmäßig so sehr veränderte, dass schließlich alles, was er publizierte, unfertig und vorläufig schien. Zudem zerstritt er sich mit mehreren seiner Verleger. Entsprechend schlecht blieb seine finanzielle Situation. 1925 erhielt er über Beziehungen eine Stelle als Hilfsbibliothekar in der Berliner Stadtbibliothek, wo er häufig mit der Inventarisierung von en bloc gekauften, wertvollen Privatbibliotheken befasst war. Damit hatte er zwar ein festes Gehalt, aber naturgemäß weniger Zeit zum Schreiben. 1925 und 1927 kam es zu Plagiatsvorwürfen, unter anderem durch seinen alten Freund Robert Renato Schmidt. 1929 wurde er aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Anfang 1931 kam das auf lange Sicht erfolgreichste und vielleicht auch beste Werkzechs heraus. Die Balladen und lasterhaften Lieder des Herrn François Villon. Die Reaktionen darauf waren jedoch negativ. Man warf ihm allzu freien Umgang mit dem Original und eine allzu derbe Sprache vor. In der Tat handelt es sich nicht um eine kongeniale Übertragung, sondern um eine äußerst freie Nachdichtung, denn Zechs Kenntnis des altfranzösischen Autors beruhte vor allem auf der deutschen Version von Karl Anton Klammer. Auch umfasst der Villon zahlreiche frei erfundene Texte im Stil Villons bzw. dessen, was Zech dafür hielt. Insgesamt enthält das Werk bei näherem Hinsehen viele Anspielungen auf Zechs eigene enttäuschende Situation gegen 1930 und wirkt zum Teil wie ein Versuch ihrer literarischen Bewältigung. Die Verse, die er Villon in die Feder legt, sind dabei teilweise von brillanter Signifikanz. So hat zum Beispiel das bekannte Gedicht »Ich bin so wild« nach deinem Erdbeermund, das Klaus Kinski in den 60er Jahren so ausdrucksstark interpretieren sollte, bei Villon keinerlei Vorbild. Auch der Essay über Villon, den Zech den Texten voranstellte, zeigt seine starke Identifikation mit dessen Figur. Der biografische Teil des Essays ist in großen Teilen ein Fantasieprodukt. Im März 1933 wurde Zech aufgrund seiner Nähe zur SPD, in der er allerdings nie Mitglied war, von seiner Stelle in der Bibliothek beurlaubt, das heißt de facto entlassen. Er blieb jedoch in Berlin und beantragte im Juli sogar seine Aufnahme in die neue Reichsschrifttumskammer, wurde aber zurückgewiesen, weil er als politisch linker Autor galt. Kurz darauf wurde er von einer Angelegenheit eingeholt, die von Ungläubigen oder Wohlwollenden Vorgesetzten schon 1927 einmal vertuscht worden war, nämlich dem Bücherdiebstahl im Dienst, der wohl an die 2500 Bände betraf, die er offenbar vor ihrer Inventarisierung entwendet und dann verkauft hatte. Angesichts einer Vorladung der Kripo verschwand er Anfang August 1933 aus Berlin und reiste mit einem Aufenthalt in Wien nach Triest. Dort schiffte er sich nach Montevideo ein und fuhr dann weiter nach Buenos Aires. Seine Familie blieb in Deutschland. In Buenos Aires fand er Aufnahme bei einem 1923 dorthin ausgewanderten Bruder. Er verkehrte in der deutschen Kolonie der Stadt und fand rasch Zugang zum deutschsprachigen Argentinischen Wochenblatt, sowie auch bald zu anderen deutschsprachigen Exilzeitschriften. Als sich zur selben Zeit die deutsche Kolonie um zahlreiche geflüchtete Antifaschisten und Juden vermehrte und in Gegner und Bewunderer Hitlers spaltete, gab sich Zech als Verfolgter und Ausgebürgerter linksintellektueller aus dessen Bücher sogar verbrannt worden seien. Dies stimmt in gewisser Weise, insofern er ja in der Anthologie Menschheitsdämmerung abgedruckt war, die 1933 Opfer der Bücherverbrennung wurde. Auf der Liste der verbrannten Bücher taucht Zechs Name ansonsten nicht auf. Wohl aber zählt er im Nationalsozialismus zu den verbotenen Autoren. Die langen Expeditionen, die er in den 1930er Jahren gemacht haben will, darunter nach Brasilien, Peru oder Chile, sind bloße Fiktion. Die zahl- und umfangreichen Reiseberichte, die er verfasste, sicher im Hinblick auf eine spätere Publikation in Deutschland, beruhen weitgehend auf gedruckten Quellen, oder den Erzählungen Bekannter. Ebenso erfunden sind seine Aufenthalte bei Indianerstämmen. Nachdem er sich 1937 mit seinem Bruder zerstritten hatte, lebte er von den geringen Honoraren für seine Zeitschriftenbeiträge sowie von Zuwendungen diverser Personen, darunter des inzwischen in Hollywood tätigen Filmregisseurs Wilhelm Dieterle. Darüber hinaus erbat er erfolgreich Unterstützung bei US-amerikanischen Hilfsorganisationen für emigrierte deutsche Künstler und Autoren. Seine letzten Jahre verbrachte er als Gast im Haus einer deutschstimmigen Witwe und ihres Sohnes. Insgesamt war er zwar immer knapp bei Kasse, litt aber zweifellos keine direkte Not. Seine Klagen gegenüber Bekannten waren meist übertrieben und Fiktion war zum Beispiel seine Angabe, er spiele für Geld in Kneipenklavier. Nur für die Schublade produzierte er Überarbeitungen von älteren, schon publizierten Werken. Hierunter war unter anderem die romanartige Villon-Biografie, die er 1946 als vielleicht letztes Werk vor seinem Tod aus dem biografischen Teil des Essays von 1931 entwickelte und die seit 1962 als Anhang der sehr erfolgreichen Taschenbuchausgabe des Villon in Deutschland weitgehend das Image des mittelalterlichen Autors als aller proletarischen Kraftnatur bestimmte. Spanisch zu schreiben bemühte sich Zech bis zuletzt übrigens nicht, denn er wollte sein Deutsch nicht gefährden. Immerhin scheint er sich passable Kenntnisse der Sprache angeeignet zu haben. Angeblich wäre er gern nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekehrt, obwohl der Kontakt zu seiner Familie, die in Bestensee die Zeit des Nationalsozialismus unbeschadet überstanden hatte, schon lange völlig abgerissen war. Doch ließen weder seine knappen Mittel noch sein sich rasch verschlechternder Gesundheitszustand die Reise zu. Am Morgen des 7. September 1946 brach er bei der Heimkehr von Bekannten vor seiner Haustür zusammen und verstarb mittags im Krankenhaus. 65 Jahre lang hatte der notorische Dichter und Lügner sein Leben behauptet. Die Biografie Paul Zechs ist weitestgehend übernommen aus der Wikipedia. Der Artikel ist überwiegend verfasst von Prof. Dr. Gerd Pinkernell, der an der Bergischen Universität Wuppertal Literaturwissenschaft lehrte. Für die auditive Rezeption wurden Umformulierungen und Kürzungen vorgenommen. Allein der letzte Satz stellt das Resümee des Interpreten dar. Vielen Dank.